Hallo liebe YouTuber, der Frühling ist eingekehrt bei uns. Ihr seht hier hinter mir die schöne Korkenzieherweide, die Primeln, der bunte Frühling, alles fängt an so langsam zu blühen und wir sind voll im Elan mit Frühlingsarbeiten. Und ich habe so viel nachgedacht und habe so viel wieder gelernt und ich kann euch auch sagen, warum. Warum? Weil viele von euch haben ja gefragt, ob ich Sachen versende und ich habe auch viele Sachen immer wieder geschickt und ihr habt mir gemailt und da kamen mir jetzt ganz neue Ideen und ich wollte mich eigentlich noch umziehen fürs Video. Das mache ich jetzt gleich mal schnell und dann zeige ich euch mal, was es tolles Neues gibt und was ihr für super Möglichkeiten habt, diese schönen Sachen ganz einfach zu bekommen. Aber jetzt gehe ich mich erstmal umziehen, mache mich schick und dann geht es weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Pakete sind gepackt und ihr könnt hier sehen, es hat sich hier ein bisschen was verändert und ich habe neue Neuigkeiten für euch und was es genau ist, das zeige ich euch gleich im Video. So, also endlich habe ich hier auch die letzten Päckchen, das Auto ist wieder voll und heute geht es dann noch zur Post. Und da mein Kopf wieder voller Ideen ist, nehme ich euch wieder mit in meine kleine Ideen-Schmiede und zeige euch mal meine neuen Sachen, die ich auch verschicke. Und ich muss ja sagen, bisher war es ja immer so, ihr habt mir gemailt und ich habe dann zurück gemailt, das ist meine Kontoverbindung und dann habt ihr überwiesen und ich habe das jetzt einfacher gemacht. Und ihr könnt gleich täglich einfach in meinem Online Shop, da mache ich euch mal den Link rein, könnt ihr die Produkte anklicken, bezahlen und die gehen dann tatsächlich auch gleich raus. Und ich zeige euch hier gerade nebenher, ja, meine neuesten Errungenschaften, das sind, die gab es schon mal in Creme und in Türkis, das sind diese süßen Vogeltränken und die habe ich hier in einem Zweigering. Da mache ich euch schon mal den Link zum Online Shop rein, die gibt es jetzt im Moment in weiß und in grün, ja, die habe ich auf jeden Fall im Shop drin. Dann, was ich auch in meinem Shop habe und was ich ganz oft, oh, die sind falsch rum, das sind meine süßen Hasen mit aus Mangoholz und die habe ich entweder nur pur, ohne den Zweigering oder noch mit diesem Zweigering, in dem die ja so süß drin sitzen. Da ist jetzt nicht mal ein Teller drunter, aber das sind so echt goldige Kameraden und die habe ich auch schon ganz oft versendet, aber da gibt es auch noch viele und die könnt ihr auch in dem Shop auf jeden Fall bestellen. Hier habe ich ein Unikat, das gibt es nur einmal da drin, das ist ein ganz dickes, großes, ihr seht auch meine Hand, wie klein die ist dagegen, das ist ein ganz dickes, großes Herz. Und man sieht auch, das haben wir hier so mit dem Schachtelhalm umrandet, das hat so einen Reben, ja, einen Rebenkorpus, einen großen und das kann man hier mit diesem Alustab, kann man das auch wo reinstecken und dekorieren, kann man theoretisch auch ein bisschen höher auch in den Vorgarten machen und das ist natürlich echt eine ganz zauberhafte Sache, das gibt es nur einmal, aber wenn weg, dann weg. Hier habe ich auch noch ein Unikat, das ist dieser schöne Chinaschilf, dieser österliche Kranz mit Chinaschilf, Wachteleier, Federn, Zweigen mit diesem grünen Band, der ist eigentlich grenzenlos haltbar, das heißt, wenn man den sorgfältig wegpackt in eine Schachtel, dann kann man den im nächsten Jahr auch wiederverwenden. Ja, und dann kommen jetzt noch so ein paar neue Sachen im Online-Shop und ich scheue ja keine Mühe und ihr seht hier, so sieht es hier jetzt so aus, ich habe hier meine Lampe aufgebaut und ich muss jetzt erst mal das Handy aufhängen und dann zeige ich euch auf jeden Fall die neuesten Sachen. So, weiter geht's mit der Präsentation, jetzt habe ich mich noch einmal hübsch gemacht und habe extra hier mein Herz-T-Shirt, Herzen sind ja immer schön, ja, und habe gedacht, ich wollte eigentlich von Anfang an was Besonderes anziehen, versuche ich immer, aber manchmal hat man so viele Sachen vor und dann geht das halt nicht immer. Ja, wir haben heute, die Mitarbeiterin ist weg, ich habe hier so richtig schön, ja, die Bahn ist frei und ich kann hier ganz in Ruhe drehen und ich bin heute mal nicht an der Werkbank und wollte euch einfach mal zeigen, was wir Schönes gemacht haben und das sind jetzt also auch Sachen, die meisten davon sind tatsächlich auch im Shop und hier haben wir zum Beispiel auch gemacht einen Mooskranz, der ist mit einer Kala und, ach schön, wenn man sich das so vor die Kamera halten kann, der ist mit einer Kala und da haben wir hier so ein gestepptes Band so lässig gemacht, ein bisschen Spinoza und Schleierkraut und das ist eine Seiden-Color, man sollte es kaum meinen, weil auch die Kollegin oder auch eine Kundin hat gesagt, wie, die ist doch echt, nein, die ist nicht echt und die ist wunderschön als Deko an diesem, ja, man kann es vielleicht vor meinem dunklen Sweatshirt erahnen, die ist wunderschön, dieser Kranz auf einer dunklen Haustür vor allem und Moos hält ja auch ewig, also das ist jetzt auch ein Kranz, den habe ich im Shop, den gibt es auch nur fünfmal, ja, muss ich ja auch immer sagen, weil ich habe auch nicht unendlich von diesen schönen Sachen, den habe ich fünfmal drin, der ist für 29 Euro und wenn wir auch gerade bei den haltbaren Sachen sind, die so gut, ja, die man so lange behalten kann, dann habe ich auch nochmal eine andere haltbare Variante gemacht und zwar, da haben wir mal, weil es gibt ja so viele Hortensien-Fans und jeder will ja Hortensie, am liebsten das ganze Jahr und da haben wir jetzt gemacht mit Hartriegel einen Hortensienkranz, haben den so ein bisschen österlich gemacht, das ist schön, wenn ich hier durchgucken kann und sprechen, den haben wir so ein bisschen österlich gemacht mit Federn und haben eine Schleife gemacht, die ist also ziemlich lang, Moment, einmal, genau, und die kann dann so schön im Wind, kann die so schön spielen, ja, und als Pendant zu dem Rosé haben wir auch den Hartriegel genommen, das heißt hier diesen, also den Hartriegel und den auch schön passend in der Kranzform geschlungen, der ist auch für 29 Euro, den gibt es auch nur zweimal, ja, weil es sind so schöne Hortensien und so, ich habe das nicht immer da, aber den habe ich auch natürlich im Shop drin und eh, wenn ihr in den Shop geht, dann seht ihr eh ja alle Produkte und also ich habe das erst seit einer Woche und ich muss sagen, das ist so eine, ich mail total gern mit euch und ich liebe es, aber wenn ihr da Kommentare reinschreibt, dann bekomme ich die auch und ich schreibe auch immer mal eine Nachricht dazu, also auch da kann man Nachrichten, da gibt es auch extra Wünsche, da kann man reinschreiben, Margit, ich hätte gern lieber ein rotes Band oder, ja, oder eben andere Farbwünsche oder in Creme, also auch das lässt sich alles da reinschreiben und auch die ganzen Nachrichten und, aber das Einfache ist wirklich, dass eigentlich, ja, am gleichen Tag, wenn ihr das bestellt, dann machen wir uns ans Werk und dann gehen die relativ, dann gehen die echt schnell raus zum Verschicken und ich muss sagen, für mich ist das eine riesen Arbeitserleichterung und, aber ich freue mich immer über eure Bestellungen, natürlich, aber das ist jetzt eigentlich so, ja, das ist jetzt so viel einfacher, also das ist jetzt der Hortensienkranz, da muss ich natürlich noch ein paar Fotos gleich machen, dann ist auch was sehr Schönes, was ich auch jetzt reinmachen werde, wir haben diese schönen kleinen Nestchen, die haben wir in ganz vielen Varianten, da haben wir also Nestchen mit, mit Moos, mit Federn, mit Ei, das ist jetzt mit einem großen Ei, das ist jetzt mit kleinen Wachteleiern und da haben wir auch noch einige da und da könnt ihr auch, ihr dürft auch noch Wünsche reinschreiben, die Eier in Aprikot, in Rosa, habe ich die in Natur, in Grün, ja, hier ist auch in Grün zum Beispiel, ja, und was habe ich noch, ich glaube, ja, in Gelb gibt es die, glaube ich, auch noch, also diese Nestchen, die bestücken wir tatsächlich selber und wickeln das aus diesen Mühlenbeckia-Reben, ja, dieses Rebengeflecht, ich weiß nicht, ob ihr das mal so ganz am Strang gesehen habt, da kommt also ein richtig großer Zopf und den muss man erstmal auseinander, mit ein bisschen Gewalt auseinanderreißen, ja, und dann, ähm, und dann macht kann man, Moment, ein Nestchen ist runter, so, und dann kann man also so schöne kleine Nestchen machen und schön ist das natürlich auch immer, wenn man das auf so einem Teller dekoriert, wenn man dann so einen Zweig dazu macht, das ist, äh, das macht da immer gleich viel Stimmung. Ja, Zweige, Zweige sind natürlich ein Riesenthema, Zweige ist ja auch, äh, unsere Vogeltränke ist ja auch in einem Zweigenest, ja, dieses Zweigenest ist gemacht aus, ähm, aus Weide, genau, mir fehlen auch manchmal ein bisschen die Worte, aus Weide und aus Birke und das ist dann so ein Ring und sehr schön finde ich auch, dass auch diese hellen Zweige mit drin sind, weil die machen das so freundlich. Noch gibt's die Weidenzweige, also die fangen schon, die merken jetzt auch, es wird Frühling und die fangen jetzt dann an auszutreiben, aber noch gibt's die und da, da machen wir, schlingen wir die in alle möglichen Arbeiten mit rein und ich finde zum Beispiel auch jetzt nur so von der Deko her, dieses, diese Vogeltränke, die ist jetzt hier hinten, ja, aber diese Vogeltränke auf diesem Baumstamm, ähm, sowas auf der Terrasse, auf dem Stamm, finde ich zum Beispiel zuckersüß, ja, gefällt mir total gut, weil das ist dann so ein richtig kleiner, so ein Plateau als Anflugplatz für die Vögel. Ja, dann gibt's noch einen, ähm, ähm, das hab ich jetzt noch nicht im Shop drin, äh, aber da hätte ich auch, würde ich auch noch machen, und das ist jetzt ein schönes, großes Nest, sorry, ich muss auch hoch machen, ein schönes, großes Nest mit Straußenei, es gibt so ein ganz altes Video mit Straußenei, da hab ich mal was gemacht, da ist mir dann, als ich das zeigen wollte, das Straußenei, grad, hat einen Abgang gemacht, das ist echt lang her, weil, äh, ich mach tatsächlich die Videos seit 2019, Wahnsinn, sind jetzt im Februar, fünf Jahre, ja, wir haben ein fünfjähriges Jubiläum und, ähm, ich freu mich total, dass es so viele Menschen sind, also ich bin mehr Abonnenten, als mein Ort Einwohner hat, ähm, das finde ich schon echt Wahnsinn, also, danke, 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 ich freu mich super, super, super über eure vielen Nachrichten, über euren Zuspruch und über, ach, also, was ihr alle schreibt und sagt, und so, es ist so total lieb, ja, aber, ja, also, das ist jetzt auch das Nest mit Straußenei, das kann ich auch noch mal reinmachen, ähm, das ist auch mit Natur, Straußenei, das ist jetzt ein zartgrünes, das, äh, in dem zartgrünen, das gibt's nur einmal, aber, ähm, gibt's auch mit Natur, ähm, da, ähm, da, ähm, entweder ihr schreibt mir eine Mail, oder, und gesagt, das hab ich noch nicht ganz geschafft, dann gibt's noch manche, die haben mir gemeldet, ach, Margit, der schöne Korb, wo bekomm ich diesen Korb und ich hätt den gern, äh, ohne diese Kokos, ähm, Blätter, die Ohren vom letzten Video und da hab ich grad eine E-Mail bekommen von einer ganz lieben YouTube-Zuschauerin, hat gesagt, ich hätt gern nur diesen Korb, und hab ich gesagt, klar, kein Problem, ich hab den noch da, äh, und auch bei diesen Korben, also, das ist ja jetzt so eine wunderbar feste Flechtung, ja, die ist ja ganz, die hält super und die ist auch sehr, sehr, sehr witterungsbeständig, und dann gibt's noch so ein kleines Geheimnis, weil wenn so Körbe, wenn man die ein paar Jahre bisschen draußen hat, mal so ein, zwei, drei Jahre, dann werden die ja so ein bisschen poröser, und was immer gut ist, ist, wenn man Klarlack hat zum Sprühen, ähm, mach ich euch nochmal ein Bestelllink rein bei Floristik24, ähm, Klarlack sprühen, auf das Geflecht sprühen, also draußen, klar, ein bisschen Zeitung drunter, und dann verschließt es die Poren, und dann hält dieses Geflecht auch noch länger, und das ist übrigens auch so ein gutes Thema, also, wer immer auch sagt, ich möchte gern diese Grenze, ich finde es jetzt toll, ich möchte, ich möchte mir selber so einen gern machen, dann könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, könnt sagen, Margit, schick mir doch bitte die Zutaten, Stroh, Römer, Moos, und was da eben so dabei ist, wenn ihr so ein Kranz toll findet, ähm, bin ich auch immer völlig offen, also für die fertigen Sachen, denke ich, ist der Online-Shop toll, und wenn ihr sagt, oh, ich möchte eigentlich gar nicht immer die fertigen Sachen, sondern, ähm, ich möchte eigentlich selber Hand anlegen, ähm, kein Problem, auch das könnt ihr tun, ähm, schreibt mir einfach, und wir schicken euch die Zutaten, und ansonsten gibt es natürlich immer viele, viele Basismaterialien, ich drehe jetzt einfach mal den Kranz um, dann sieht man auch zum Beispiel was an Basismaterialien, das ist jetzt hier der Strohrömer, ähm, den man braucht, äh, für einen Türkranz ist immer ein 30er Strohrömer schön, wenn ihr den kauft, ist der natürlich Stroh und roh, äh, und gelb, ja, ähm, da ist der nicht so, dann bekommt ihr bei Floristik24 das Kranzwickelband, das ist immer schön, weil ich finde immer, ähm, ja, wenn ich das jetzt in die Hand nehme und da kommen die Strohhalme raus, dann ist es nicht so toll, also da bekommt ihr die Strohrömer, da bekommt ihr das Kranzwickelband, da bekommt ihr den Draht, was schön, dass das Licht so toll ist, ja, weil ich habe gedacht heute, ich mache jetzt perfektes Licht, wenn ich euch die Sachen zeige, ja, und dann habt ihr eigentlich schon mal die Basis, dass ihr dann in die Natur gehen könnt und was sammeln könnt und das ist jetzt, äh, nochmal, also der ist auch schon viel bestellt worden und, äh, der kommt richtig gut an, das ist jetzt der Buchskranz, der ist gewickelt mit Moos und mit, äh, Schleierkraut, das Schleierkraut, das haben wir, damit es gut hält, das haben wir ein bisschen angehaucht mit einem weißen Farbspray, da gucke ich auch nochmal bei Floristik24, weil wenn man das nicht macht, dann geht man das Risiko ein, dass es so ein bisschen braun wird und das ist nicht schön und wir wollten, dass es bei euch auch richtig lang schön bleibt und deswegen hauchen wir das nochmal an, um das haltbar zu machen, ja, und wenn ihr also dann diese Kranzzutaten selber habt, dann könnt ihr auch richtig super loswerkeln und deswegen, ja, es ist eigentlich, ähm, sehe ich die einen sagen, klasse, ich möchte gern den fertigen Kranz von der Margit haben, ähm, ich gehe in Margits Onlineshop auf Etsy, bestellt es, bezahlt es, bekommt es geschickt, ähm, das ist natürlich super oder, ähm, es kann ja auch sein, dass ihr sagt, ich möchte es gerne einer Freundin verschenken, dann schreibt es einfach rein und schreibt hier bitte, es ist ein Geschenk an, Freundin, hm, 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 ich packe es eh immer schön ein, deswegen nochmal, ich schicke ich noch nochmal ein Foto, wie das verpackt kommt, ähm, aber dann bitte nochmal dazu schreiben, ich hätte, äh, schicke es bitte als Geschenk an die und die Freundin oder schickt es mir nochmal extra als Nachricht und dann könnt ihr sowas natürlich ganz toll auch als Geschenk an andere versenden, ähm, ja, das ist jetzt der Buchskranz, also den, da sind wir schon ein bisschen in Dauerschleife dabei, ähm, wir haben, eine weiße Band ist auch schon ausgegangen, also wir müssen mit den Bändern ein bisschen variieren, aber so süß ist, dass das oben ist, das weiße Band und dass das nochmal unten ist, ja, also das ist, ähm, das ist auf beiden Seiten und auch mit Band ist immer so schön, dass das dann im Wind ein bisschen, äh, ja, so locker, ähm, im Wind schwingt, ja, äh, und das ist also auch ein sehr, sehr schöner Frühlingskranz und selbst wenn der Buchs eintrocknet, dann wird er ja beige und, ähm, ich finde, dass auch wenn das Moos dann noch so ein bisschen Naturfarben ist, selbst trocken wäre dieser Kranz immer noch ein Hingucker und wäre der richtig schön, also der hält ganz, ganz toll, ja, das ist noch der Buchskranz und dann habe ich noch einen letzten, ich komme gleich, so, dann habe ich noch einen letzten Kranz, den ich euch zeigen wollte und dann habe ich eigentlich, genau, dann habe ich meine Schönheiten für heute gezeigt, was aber nicht heißt, dass ich nicht schon wieder, in meinem Kopf sind schon wieder, es ist schon wieder am Brodeln, ja, ich habe schon wieder ganz, ganz, ganz viele Ideen, ähm, aber das Thema Moosgrenze, äh, und diese natürlich gestalten, das hat mich schon so die Tage beschäftigt und dann dachte ich so, hm, das würde ich doch gern in den Online-Shop einstellen und hier, ich sage euch auch mal einfach, was man alles dazu braucht, das ist jetzt ein Strohrömer und den haben wir nicht mit Kranzwickelband abgewickelt, weil hier kann man natürlich, weil man das Moos, Moment, der dreht sich, werde ich ihn halt, so, da kann man natürlich das Moos direkt auf den Strohrömer wickeln, klar, weil er wird ja ganz zugewickelt und, äh, da haben wir einfach, um das, um dieses Natürliche zu behalten, ähm, wir haben ein bisschen Olive genommen, ein bisschen, das ist jetzt wilder Thymian, der hier reingewickelt ist, Olive, ja, Olive trocknet sehr, sehr schön an, äh, die Blätter ringeln sich eigentlich nur so ein bisschen ein, aber Olive ist ganz toll und da ist so was Spielerisches dabei, es haben wir eine Korkenzieher Haselnuss, ähm, hier hochlaufen lassen, haben die mit, äh, Krampen, also mit, äh, Haft, wie heißen die, nicht Efeunadeln, äh, äh, ähm, fällt mir noch ein, ich schreibe es rein, ja, haben das auf jeden Fall festgekrampt, also nicht geklebt, sondern gekrampt, das hält besser im Strohrömer, haben dann ein paar kleine Birkenherzen genommen, hier noch ein großes Birkenherz drauf und haben einfach dieses Band ganz lässig mal über, mal unter die Olivenstiele gewickelt und schon ist der, dieser, auch dieser Kranz fertig und, ähm, den fand ich auch sehr, ja, der ist so zeitlos, den kann man natürlich auch nach Ostern hängen lassen und, also ich habe jetzt wirklich so teils österliche Sachen, aber auch teils Sachen, wo ihr sagt, das hänge ich mir an die Tür oder, oder wenn ihr, wenn ihr das auf den Tisch machen wollt, eine schöne Kerze rein, eine richtig schöne dicke Kerze, ähm, ist auch was Tolles und ist auch ein wunderschönes Geschenk, äh, also ist auch was, was eben auch nach Ostern einfach noch toll ist und das ist auch so mein Fokus, ähm, viel Natur und, ähm, einfach so neutral und von den Farben her, ich glaube, es passt einfach überall hin. Ähm, ja, und das war für heute meine kleine, ja, meine kleiner, nein, Ladenrundgang ist jetzt zu viel gesagt, aber ich würde mal sagen, ähm, die Vorstellung meiner neuen Arbeiten und, äh, ich habe euch ein bisschen was verlinkt, die Anteil der Links, die ich machen kann, die ist begrenzt, ähm, deswegen kann ich nicht alles verlinken, aber sobald ihr in meinem Online-Shop seid, äh, äh, bekommt ihr ja eh, äh, ja, seht ihr ja eh alles, aber das ist jetzt einfach nochmal das Thema Mooskränze, das hat mich so die Tage dann echt beschäftigt und dachte so, hm, ich möchte Mooskränze machen und ich habe Mooskränze gesehen, die so ganz pur sind, auch in den Online-Shops und da habe ich gedacht, das ist mir eigentlich zu wenig, ja, ich wollte es einfach so ein bisschen nett machen und was Besonderes draus und nur ein Mooskränz, wo gar nichts drauf ist, das war mir zu einfach und deswegen habe ich gesagt, so, ach, naja, also mal Hortensie, mal, ähm, Korkensier-Hasselnuss, mal Kalla und, ja, und schon war so die Mooskränze-Ideen da, also ich, äh, genau, das ist, äh, das ist jetzt so der Erguss meiner, ja, meiner ganzen Gedanken und ich bin total gespannt, was ihr dazu sagt, genau, meine Grenze verhaken sich ineinander, ich bin total gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das findet, ähm, ob ihr, ja, ob ihr Lust habt, die Sachen, äh, da zu bestellen und weil das ist, geht blitzerschnell und, ähm, ich freue mich über euer Feedback und sag einfach bis ganz bald, happy weekend und ich glaube, es gibt's, äh, mal gucken, ob ich morgen noch ein Video mache, ich habe noch so ein tolles Gefäß, also ich habe zu viele Ideen und zu wenig Zeit, das ist so mein Problem, aber lieber so als andersrum, oder? Ja, also ihr Lieben, macht's gut, alles Liebe und ganz kranzige Liebe, Grüße, gute Zeit und, ähm, frohes Werkeln und, äh, frohes Bestellen oder was immer ihr macht von eurer Margit. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.